Hier präsentieren wir die 5 besten Akku-Häckenscheren Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Busch Akku-Häckenschere AS5420 Li Aus dem umfangreichen Portfolio des beliebten Markenherstellers Busch ist auch noch ein weiteres Modell vorzustellen, das sich mit zahlreichen positiven Bewertungen auszeichnet. Hierbei handelt es sich um das Gerät mit der Bezeichnung AS5420 Li, welche selbst für große Hecken gut geeignet ist und dank dem modernen Anti-Blockier-System ein kontinuierliches Schneiden möglich macht. Vollkommen ohne Kabelentwährung können Sie mit dieser Heckenschere mit Akku von Busch perfekte Hecken sicherstellen. Busch verbaut hierbei ein Laserstrahl geschnittenes Messer mit einem Diamantschliff, so dass Sie sauber und besonders präzise arbeiten können. Nummer 4. Ruby Akku Heckenschere 18V UD 1855 R Von einem ökonomischen Desichen und einem geringen Gewicht profitieren Sie auch bei dem Heckenschneider UD 1855 R der Marke Ruby. Dieses Modell bringt mit 2,8 kg auch ein vergleichsweise geringes Gewicht auf die Waage. Sofern Sie also körperliche Beeinträchtigungen haben und nicht lange im Garten arbeiten können, so bietet sich dieses Modell dennoch für Sie an. Neben einem drehbaren Handgriff verbaut Ruby bei dieser Heckenschere noch ein diamantgestiffenes und gegenläufiges Messer. Dank der Länge von 55 cm können Sie außerdem sicherstellen, dass Sie selbst große Hecken optimal bearbeiten können. Hierfür sorgt auch die maximale Leistung, die der verbaute Lithium-Ionen-Akku für die Anwender sicherstellt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Busch Akku Heckenschere ASY HET GQ 1235 Eine weitere kabellose Heckenschere, die mit einem Akku ausgestattet ist und von dem Hersteller Busch stammt, möchten wir Ihnen mit dem Modell ASY HET GQ 1235 gerne vorstellen. Dieses Gerät punktet mit einer Messerlänge von insgesamt 35 cm sowie mit einem 12-Pfau-System mit 2,5 A. Somit können Sie dieses Gerät also bis zu 75 Minuten mit einer vollen Aufladung benutzen und in knapp einer Stunde wieder komplett mit Energie versorgen, was wirklich praktisch ist. Diese Busch Akku Heckenschere ist aufgrund der Messerlänge und verbauten Technik natürlich nur für kleine bis mittelgroße Hecken geeignet, die bis zu 1 m hoch gewachsen sind. Nummer 2. Black Plus Decker Akku Heckenschere GTC 18502 PC Weiter oben in diesem Vergleich der besten Heckenscheren mit Akku haben wir Ihnen bereits ein Modell des Herstellers Black Plus Decker näher vorgestellt. Falls Ihnen dieses Gartengerät aufgrund der Funktionen oder des Designs jedoch nichts zusagen sollte, so finden Sie in Bayern ein weiteres Gerät aus dem Angebot dieser Marke. Hierbei handelt es sich um die Black Plus Decker Akku Heckenschere GTC 18502 PC. Dieses Modell punktet ebenfalls mit einer maximalen Leistungsstärke und einem hohen Bedienungskomfort. So setzt der Hersteller bei der Gestaltung des Messers auf eine abgewickelte Zahngeometrie und eine beschichtete Oberfläche. Damit wird eine konstant gleichbleibende Schnittleistung und maximale Langlebigkeit für Sie gewährleistet. Und die Nummer 1 unserer Liste. Makita Akku Heckenschere DU 523Z Als eine gute Alternative zur bereits vorgestellten Akku Heckenschere des Herstellers Black Plus Decker ist auch das Modell DU 523Z der Marke Makita zu empfehlen. Hier profitieren Sie von einem leistungsstarken Gartengerät, das eine Leerlaufzahl von bis zu 1350 Hüben pro Minute erreicht. Außerdem setzt Makita hier auf ein Messer mit einer Schnittlänge von stattlichen 52 cm, so dass das Gerät den perfekten Partner im Garten darstellt. Dank der handlichen Gestaltung können Sie dieses Gartengerät stets problemlos führen. Das Messer, welches bei der Makita Akku Heckenschere DU 523Z zum Einsatz kommt, ist außerdem von beiden Seiten geschliffen und wird aus rostfreiem Material gefertigt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.